Ja, macht mal hallo und recht herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sehen wir uns an, wie man eine LinkedIn-Unternehmensseite erstellt bzw. ein Unternehmensprofil. Wir sehen hier schon, ich befinde mich gerade auf meinem Profil und lege jetzt nun eine Unternehmensseite an. Hier in der Navigation gehe ich auf Apps und hier unten rechts finde ich Unternehmensseite erstellen. Nun kann man hier unter verschiedenen Unternehmensarten auswählen oder verschiedenen Seitenarten. Entweder man kann angeben mittelständisches Unternehmen, das wären weniger als 200 Mitarbeiter, mittlere und große Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter. Man kann aber auch eine Fokusseite für ein gewisses Produkt, für eine gewisse Leistung als Unterseite für ein Unternehmensprofil anlegen, aber auch Bildungseinrichtungen sind auf LinkedIn häufig vertreten, da man im Profil die verschiedenen Einrichtungen, die verschiedenen Schulen und Hochschulen angeben kann. In unserem Fall wählen wir hier das mittelständische Unternehmen. Der Name wäre bei uns BusinessFang.com, Consulting und Digitalisierung. Beim öffentlichen, bei der öffentlichen LinkedIn URL will ich natürlich, dass wir unter Slash BusinessFragen zu finden sind und hier gebe ich noch schnell unsere Adresse unserer Webseite ein. Nun kommen wir hier zu den Informationen zum Unternehmen. Hier kann man zwischen verschiedenen Branchen auswählen, zum Beispiel E-Learning, aber auch IT und Services. In unserem Fall wählen wir Management und Beratung. Die Unternehmensgröße 2 bis 10 Mitarbeiter und der Unternehmens-Tipp Selbstständig, da ich und mein Partner bei der Selbstständigkeit agieren. Datei wählen wir nun aus. Hier wähle ich das gewünschte Foto aus. Dies sollte 300x300 Pixel sein, also das Profilbild der Seite. Hier hat man noch die Möglichkeit einen Slogan einzugeben. In unserem Fall einfach BusinessFragen, ihr Partner in Sachen Business und Digitalisierung. Hier zum Schluss muss man noch bestätigen, Ich bestätige, dass ich als autorisierter Vertreter dieses Unternehmens berechtigt bin, diese Seite im Namen des Unternehmens zu erstellen und zu verwalten. Das ist bei uns der Fall, also haken wir das an und drücken auf Seite erstellen. So, wie wir gesehen haben, wurde nun unsere Seite erstellt. Man hat nun die Möglichkeit, ein Titelbild hinzufügen, wenn möglich auch noch ein Slogan und man hat zudem auch die Möglichkeit, an den Button auf der Seite zu ändern, den Button Namen auf Kontakt zu ändern und z.B. hier auf die Kontaktseite auf die Webseite zu verlinken. Man hat auch die Möglichkeit, bei der Übersicht auch die Telefonadresse einzugeben oder das Gründungsjahr, z.B. auch das Spezialgebiet. Wenn man ein Unternehmen hat oder einen großen Konzern hat, hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Standorte des Unternehmens hinzuzufügen, auch verschiedene Hashtags kann man dem Profil hinzufügen. Man kann auch verschiedene Gruppen vorstellen und möchte man die Sprache ändern, kann man hier auch Englisch oder die gewünschte Sprache hinzufügen. Genau, das war es. Ganz normal, auch wie beim Profil könnte man hier auch den ersten Beitrag schon veröffentlichen. So, das war es nun zum Tutorial, wie man eine Unternehmenswebsite auf LinkedIn erstellt. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg.